hey schnitzli und herzlich willkommen zu einer neuen folge von bear with me so wir wollen jetzt hier zu tiger in der voodoo dame und wir haben auch alle items ich muss kurz noch mal die reihenfolge nachgucken auf der karte so erst wasser dann feuer dann erde dann luft also jetzt noch erde luft und dann liebe ok erde luft liebe das kriegen wir doch hin dann gehen wir mal zum ritual alter und legen die letzten items drauf als erstes erde die pflanze sehr gut und jetzt noch luft die feder sehr schön ok alles klar jetzt noch die liebe ich nehme an das ist das herz medallion oder aber das war hier doch ne also man hat die tür schon vorher gesehen teddy da ist so ein bisschen besser gucken können so dann gehen wir mal in tiger ins versteck in drinnen rein und mit der ist der haifisch zusammen nicht schlecht ok wir haben hier eine tür ein fenster ok alles klar ich habe das gefühl teddy nimmt das hier nicht so richtig ernst aber er hat gerade selber gesehen wie nach dem drauflegen von ein paar gegenständen sich eine magische tür geöffnet hat also ich finde er sollte nicht so abfällig sein voodoo müll ich weiß gar nicht was er hat ich meine der käse sieht gut aus so ein schlangenbaum ist ja tatsächlich hier die sind so als schuppen so ein bisschen na ja das kann ich aber verstehen so dann haben wir noch eine ritual kerze ist gar nicht an können wir die mitnehmen na gut die große kerze okay alles klar dann haben wir hier glaube ich alles angeguckt dann bleibt nur noch die dame herself na gut dann reden wir mal mit ihr was hat sie denn zu sagen wenn es nicht teddy bear ist der famous detektiv du hast endlich gekommen zu sehen du musst meine Hilfe oder du musst eine Veränderung der Perspektive da gibt es nichts von dir da gibt es nichts von dir tigran kennt alles teddy bear dann wirst du wissen warum ich kam zu sehen du musst meine Hilfe um die Frau zurückzuziehen wow das ist genau warum ich hier und was machte dich in deinem Kopf um mich zu suchen wie du hast du hast nicht aus options little bear listen ich bin direkt mit dir all das voodoo mumbo jumbo ich bin nicht wirklich es ich bin ich bin du bist wie eine saleswoman für dich fair genug ich brauche du hast niemand kennt king besser als du ich nicht mehr king anymore er hat sich verloren er hat sich 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 wie wir alle sind Dinge haben sich verändert. Von King's Perspektive, er macht alles, was er kann, um die Stadt zu retten zu retten. Um sich selbst zu retten. Selbst wenn das bedeutet, um die Amber zu retten, zu... Die Reden. Ja, das ist der Plan. Sie ist da jetzt, um ihn zu retten, 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 um ihn zu retten. Als er da kommt, ich weiß, was wird passieren. Die Gespräche zwischen den beiden ist eine Verbrechung. King will es, aber die Frau nur behebt, um ihn zu retten, um ihn zu retten, nicht zuvor. Until then, you have to take her out of the city. Deeper into the city she goes, and longer she stays, more difficult it would be for her to return. I don't have time for your riddles, goddammit. She's in danger. You are so backwards, Teddy Bear. You can't see what's right in front of you. The girl and the city, they share but one soul. And something is destroying her from the inside. Okay, alles klar. Sorry, Freunde, ich hab mich voll erschrocken. Hm, die Stadt nimmt sie gefangen. Also vielleicht flüchtet sie vor irgendwas in die Stadt, ne? Vielleicht ist das böse gar nicht in der Stadt, sondern in Wahrheit außen. Also wisst ihr, was ich meine? Hm, ich bin unsicher. Weißt du irgendetwas über Flint? Ja stimmt, unser Bruder ist ja auch noch verloren. Irgendwie, das fühlt sich so an wie zwei verschiedene Sachen, das mit dem roten Mann und das mit Flint. Aber es muss ja eigentlich, es muss ja eigentlich irgendwie connected sein, ne? Es muss ja irgendwie zusammenhängen. What about her brother? She won't leave until we find him. The boy is not here, Bear. Are you sure? Where the hell is he? No one seems to know anything about the kid. There is but one man who could know where the boy is. Red. The red man and the girl are connected in more ways than one. They are on two sides of the same coin. Things she doesn't know, he knows. And things he's missing, she owns. Hmm, okay. Ich hatte ja am Anfang schon mal davon geredet, ob der rote Mann vielleicht sowas wie die dunkle Amber ist. Hmm, ich bin unsicher. Wie bekomme ich Amber vom König zurück? How do I get Amber back from King? King has a weakness. The one I'm inclined to help you exploit. As long as these flames are lit, King cannot be harmed. So you're protecting him? Why are you doing this? You don't owe him anything anymore. King and I shared a strong bond. The one of the flesh and the soul. Traces of our bond can still be felt by both him and me. Also, I can't let him die until I make him change his will. Huh, even the powerful Tigran Jones is not above the earthly things like money it seems. It's only my money I'm after, Bear. Even the powerful Tigran Jones needs to eat, huh? Alright, so, can you help me? I can. Okay, will you help me? It is done. That's it? I don't feel like explaining all of this mumbo-jumbo to you, Teddy Bear. King is not under my protection anymore. Go and do what you need to do. And if I kill him? Ah, with my help or without, you'll find King won't be easy to take out. Hmm, jetzt frage ich mich natürlich. Wir haben ja uns letzte Folge entschieden, ihn nicht anzuschießen. Vielleicht hätte das gar nicht geklappt. Vielleicht wäre da eine magische Wand gekommen oder so. Hmm, der weiß. Alles klar. Aber heißt das jetzt, sie mögen sich noch oder nicht? Weil, ich weiß nicht. Es ist ein sehr seltsames Pärchen, aber ich finde es irgendwie gut. Ähm, so, was weißt du über den roten Mann? Sie erinnert mich übrigens ein bisschen an die, an diese Seherendame aus Fluch der Karibik. Wisst ihr, welche ich meine? Okay, was weißt du über den roten Mann? Red, what do you know about him? Oh, I know as much about him as I know about you. I'm not sure how to feel about this. Can you stop being so damn cryptic and give me a straight answer for a change? The past, present, and the future of the one you call Red is not up to you to know. Amber. The girl knows everything. She's just forgotten. What does he want with Amber? We will see when the time comes. Of course. Well, this was as helpful as a kick in the head. Get the girl out of the city, Bear. You don't have much time left. She won't listen to me. She's looking for her brother. And unless I can somehow convince her he's not here, there's little I can do to change her mind. Wait, what do you mean we don't have much time left? Tonight, look for the rose petals in the wind. If you are not with her still when you see them, you might just die of a broken heart. Well, that's just great news. Ah, news is news, regardless of your opinion on them. That's the way the cookie crumbles, huh? Stop speaking in riddles, Ted. Ha, good one. Anyways, it's not like I don't like hanging around creepy voodoo dens, but there's a damsel in distress waiting for me. Go and help her, Teddy Bear. Before I leave, I just want to check something. CBG gave me this thing he found at the steel mill after the fire. Do you know what it is? This is nothing but a worthless trinket. But your friend has too many bats in his head. Who knows where he found that? It's not a voodoo thing. It's not. You think King had something to do with this? Not anymore. I think I might have some other ideas about who burned down the mill. Yours is a world full of mystery and intrigue. Yeah, I'm really blessed. Anyways, it's been a blast. Don't stay up too late. I like you, Teddy Bear. You have a kind heart. Be safe now. You're all right too. See you around. Das ist klar. Dann haben wir hier wohl alles rausgefunden, was wir brauchten. Allerdings, ja, Teddy hat schon ein bisschen recht, da ich gar nicht wusste, dass sie ihn beschützt. Das hätte ich vielleicht rausgefunden, wenn ich ihn angeschossen hätte. Ja, weiß nicht. Aber na gut. Dann müssen wir jetzt wohl zurück zum Casino. Dann wird da jetzt wohl irgendwas passieren. Ich frage mich, vielleicht ist mit dem Bruder irgendwas passiert, was Amber verdrängen will. Ich fand, das klang jetzt ein bisschen so. Wisst ihr, was ich meine? Mit dem ganzen, ja, dass der rote Mann halt sie ist sozusagen und dass er weiß, was sie nicht weiß. So, ab ins Casino. Wir können die ganze Zeit auch immer noch zu diesem Terminal. Das verwirrt mich ein bisschen. Was ist da? Aber wir gehen mal zum Casino. Da wollen wir hin. Oh, wir sind direkt wieder oben. Okay. Ja, die Mädchen, Ted. Sie ist wirklich etwas anderes. Zumindest können wir darüber nachdenken. Du seien nicht zufrieden, mich hier hier zu sehen. Hm. Wie ich bereits gesagt habe, es ist nicht viel passiert in dieser Stadt, das ich nicht weiß. Also, du wirst wahrscheinlich wissen, wo ich in der Zwischenzeit ging. Hm. Hat sie... Hat sie dich zu helfen, zu helfen? Sie hat. Es ist nicht mehr wichtig. Sie können die Mädchen zurückkommen. Warum das stückliche Veränderung der Herz? Hm. Es war schrecklich für mich, zu denken, dass ich das Leben in dieser Stadt verändern kann. Wir haben alles an der Mädchen. Und wenn wir das Geld betrachten, dass wir in ihrer Ort müssen wir in ihrem Ort, dann so be es. Es muss nicht so sein, Herr. Du bist ein starker Mann. Hilf mir. Hilf mir, diesen Red Bastard. Du hast nicht gesehen, Ted? Es ist nicht zu verhindern, ihn. Warum hast du gesagt, ihn zu helfen, in der ersten Zeit? Ich dachte, ich hatte keine Wahl, Ted. Das Ding wird die ganze Stadt verhindern, die ganze Stadt verhindern. Was ist er? Er ist alles, was du und ich sind. Er ist die Antithesis zu alles und jeder in der Stadt. Er ist unser Ungewicht, Ted. Wow. Das Ding ist nicht zu verhindern. Es ist Zeit, zu erzählen, diesen Red Hooded-Freak, was passiert, wenn du versuchen, zu gefährden den König. Du kannst ihn aus diesem Ort, Ted. Du kannst ihn aus dieser ganzen Stadt. Ich versuche. Du warst immer ein Pferd in meinem Seite, Bear. Okay. Wir sind tatsächlich wieder zusammen, wie es scheint. So now what? We need to get out of the city, doll. Start fresh in the morning. What are you talking about? I'm not going anywhere until I find Flint. This is why we came here in the first place. Flint's not here. There's nothing here. We need to go back. It was a mistake coming here in the first place. So, all of this, it was a waste of time. I wouldn't call it a total waste. But it's not safe for you here. Oh, so now suddenly you're worried about my safety? Suddenly. You didn't want to come with me in the first place, remember? Then you dragged me to Paper City and now you're telling me we should go back? Well, I'm not going. Oh, and I suppose I should just stick around and wait for someone to shoot me. Because I can see it coming a mile away. Ugh, you're just being paranoid. Maybe Betty was right. Maybe what happened to CBG is happening to you now. I'll pretend you didn't just say that. Besides, did you forget we were just held captive by a notorious criminal? I need to get you away from this place, doll. No! I'm staying. I'm going to follow my leads for a change and I'm going to find Flint with or without you. You can go back to your sad office you love so much. Oh, wow. You think I love being cooped up in that place. Has it ever crossed your mind? I set my office there so I can... What? Forget it. You're acting like a child, Amber. Anyways, it's clear to me you don't trust me anymore and I'm positive you didn't tell me everything you know about this case. So, seeing as you believe I'm slowing you down I wouldn't want to be a burden on you. You've... You called me by my name. What are you saying? I'm saying this is the point in the movie where we part ways, doll. Wait, you're really going to leave me here? Alone? Frankly, my dear, I... Don't you dare quote movies at me. Hey, this is your city, right? No one is safe here more than you. But what about the red man? You know what? Fine, leave. It's not like I really need you anymore. I'm capable of doing things on my own. I figured as much. Just wanted to hear you say it. Well, see you around, doll. Oh, nein. Nein, er kommt nicht zurück. Oh, wow, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem... Hä? Ich dachte... Also ja, er denkt, er kann sie nicht überreden, aus der Stadt rauszugehen. Aber dass er so schnell aufgegeben hat, hätte er nicht irgendwas erfinden können? Von wegen... Ja, ähm, ne? Mir wurde erzählt, Flint hat die Stadt verlassen und das war's. Warum hat er sie denn jetzt einfach alleine gelassen? Sie scheint doch da wirklich nicht sicher zu sein. Oder? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie... Ich finde es nicht so gut, dass sie da jetzt... dass sie da jetzt ganz allein ist. Hm... Das ist schon schwierig alles. Ja, und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was dieser rote Mann jetzt genau ist. Er scheint ja irgendwie... Hm... Ja, ist ja jetzt, dass irgendwas Schlimmes in der echten Welt passiert ist, vor dem sie flieht sozusagen? Oder ist es, dass sie erwachsen wird und deswegen die Stadt niedergerissen wird? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mir unsicher. Vor allem, weil der rote Mann ja auch... Ich weiß nicht, er sieht ja nicht aus wie sie, wisst ihr? Das muss ja irgendwer sein. Oder ist es vielleicht doch der Bruder? Aber der Bruder ist auch nicht so hochgewachsen. Ich überlege halt... Ich weiß nicht, ich mache mir jetzt echt Sorgen, dass mit dem Bruder irgendwas passiert ist und sie davor flieht und das der Grund ist, warum wir in der Stadt sind. Aber all das werden wir wahrscheinlich herausfinden in Episode 3. Genau, da fängt das Lied wieder an. Ja, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Ja, kommentiert gerne, was ihr denkt, worum es hier eigentlich geht. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Episode 3 von Bear With Me. Bis dann! So hard to see!